Her mit dem Kopftuch oder weg mit dem Kopftuch. Ich würde mir wünschen, dass hier die islamische Glaubensgemeinschaft, der viel entschlossener Auftritt auch, in den eigenen Reihen hier für ein richtiges Verständnis wirbt und dafür sorgt, dass wir die Debatte gar nicht hätten. Aber wir haben sie. Wir sehen natürlich auch, es gibt Herausforderungen und es gibt Probleme. Und mir sind drei Dinge hier insbesondere wichtig. Erstens, die Regierung darf sich nicht allein auf populistische Symbolpolitik zurückziehen. Arnsthafte Integration braucht arnsthafte Politik. Da kann ich nicht Integrationstöpfe in der Bildung streichen, so wie sie es gemacht haben. Da kann ich nicht die Zuständigkeit eigentlich nach hinten fahren. Wer ist denn jetzt Integrationsminister? Kaum einer weiß es. Kurz war über Jahre untätig und jetzt liegt es bei der Frau Außenministerin, die sich auch nicht wirklich darum kümmern will. Aber verdammt nochmal, es ist eine Schicksalsfrage für unsere Generation und für die nächste Generation. Ob das klappt oder nicht. Also ernsthafte Integration ist mehr als wie jetzt Kopftuchverbot. Ja, nein. Zweitens, wir müssen natürlich entschlossen als Europa auftreten und auch als Österreich gegen politischen Islam. Und da gibt es eine besondere Herausforderung. Wenn manche sagen, die gibt es nicht. Naja, ich habe jetzt selten gehört, dass da in Europa irgendjemand aufsteht und im Namen von Jesus ein Messer in die Hand nimmt in den letzten Jahren. Diese Zeiten gab es auch in der Geschichte der katholischen Kirche. Sie sind nicht die berühmten Zeiten. Aber ich bin natürlich mit dem Umstand konfrontiert als Bürger, als Politiker, dass es Leute gibt, die im Namen von aller das machen. Und ja, das ist politischer Islam. Den gibt es und den müssen wir mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Der hat hier keinen Platz in Europa und der darf hier auch keine Verbündeten haben. Und der dritte Punkt, der Islam ist schon lange in Österreich. Schon lange in Europa. Hunderttausende Mitbürgerinnen und Mitbürger sind Teil dieser Glaubensgemeinschaft. Sie ist in Österreich seit rund 100 Jahren anerkannt. Mir ist wichtig, dass sich sowas wie ein Islam europäischer Prägung kultiviert. Ein Islam, der glasklar ist bei der Frage Gleichwertigkeit Frau und Mann. Ein Islam, der glasklar ist, dass die Rechtsstaatlichkeit über religiösen Regeln steht. Ein Islam, der glasklar ist, auch dass es Religionsfreiheit gibt. Für alle. Wenn das so ist, dann wird diese Religion als eine persönliche Entscheidung auch ihren Platz haben in Europa, in Österreich. Wenn diese Grundsätze nicht akzeptiert sind, dann wird diese spezifische Form von Religionsausübung und Religionspraxis keinen Platz haben in Österreich. Auch da müssen wir klar sein. In diese Diskussion möchte ich gehen mit Religionsgemeinschaften. Deswegen fordern wir auch einen Gipfel, einen Bildungsgipfel für Integration mit der Bundesregierung, mit allen Parlamentskräften, mit allen Glaubensgemeinschaften. Ich möchte, dass die auch stärker in die Verantwortung gehen. Da werden wir dranbleiben.